Mmh, lecker Joghurtte. So. Mmh. Jam, jam. So. Panzer. Warte mal, waren wir jetzt? Danke. Jetzt wurde die Map scheinbar gerade erst geladen. Naja. Ähm. Sind wir jetzt eigentlich Sturmsoldat? Ich weiß es nicht. Dafür wollte ich die Flugabwehr haben, ne? Nur um meine Entscheidung nochmal kurz zu rechtfertigen. Der hat einfach... Hat der gerade einfach... Was hat der weggeballert? Ein Quad oder was? Alter. Der hat's drauf mit dem Jet. Ist ja echt nicht meins mit dem Jet rumzufliegen. Ich glaube, ich hab's einmal probiert. Auch in der Aufnahme, oder? War das in der Aufnahme? Ich glaube, es war in der Aufnahme. Hey, wo bist du? Junge. Komm mal ran, ich mag dich. Ich glaube, es glaubt er mir nicht. Schade. So, weiter geht's nach dem D. Dora. Hey, Dora. Wow. Hey, nicht böse werden. Nein, fuck. Das sind ja Wärmesuchende Raketen, die ich da ausgerüstet habe. Als zweites Mal verabschiedet. Ich bin so dumm. Warum hab ich's getan? Fuck. Man kann ja auch die Panzer, die man fährt, ausrüsten. Und da hab ich jetzt solche Wärmesuchenden oder ich weiß nicht was Raketen. Irgendwelche Raketen auf jeden Fall ausgerüstet. Es war ein Fehler. Äh, scheiße, weil jetzt hab ich nichts mehr Antipersonen irgendwie. Naja, egal. Wer braucht das schon? Antipersonen wird sowieso überbewertet. Dafür haben wir unsere geile Waffe. Mit dem geilen Roten Visier. Ja! Wir haben FEM Stinger. Oh! Wir haben sie. Oh mein Gott. Ja, wir haben sie. Endlich. Geil. Was? Alter, mieser Panzer, mieser Panzer. Das zähle ich dir heim. Wir müssen aber erstmal unseren Pionier neu ausrüsten. Und zwar als Gadget 2. Was? Warum? Ehrlich? Eine Fire and Forget. Flugabwehr-Rakete, die ihr auf kurze Distanz-Mobilitäts-Kills gegen die meisten Luftfahrzeuge ermöglicht. Stinger-Raketen steuern ihre Ziele nach dem Abschuss selbstständig an. Ach komm, wir probieren das jetzt mal eine Runde. Und wenn es nicht klappt, dann ist es auch nicht so schlimm. Weil hier wird doch sehr viel aus der Luft gemacht. Was mich ja schon fast ein bisschen stört. Ach, wir sind hier direkt unter der Satellitenschüssel gespawnt. Östlich. Ja, laufen wir gerade hin. So, wie so aussieht, haben die da auch schon ein paar mehr Leute entdeckt. Da nämlich. Brüder, Spasti, der sitzt da im Haus. Und hier rechts ist auch irgendwo einer. Aber vielleicht nicht unbedingt einen Scharfschütze sogar. Ey, hier können wir jetzt mal unsere... ...geile neue Waffe ausprobieren, oder? Ich bin mir unsicher. Ich bin mir unsicher. Sehr unsicher. Egal, wir erobern jetzt erstmal D. Fuck, jetzt haben wir aber nichts mehr gegen die hier, ne? Außer Mim. Wir haben Einsatzzeile erko-neutralisiert. Oh, scheiße. Hier war doch gerade noch irgendeiner, irgendein Überlebender. Da war er doch gerade noch. Ich bin mir auch todsicher. Da ist er hin. Fuck. Die holen wir vor dem Himmel. Die holen wir vor dem Himmel. Das habe ich gerade für mich beschlossen. Fuck. Andere Seite, andere Seite, andere Seite. Wir brauchen irgendwas Besseres gegen diese scheißen normalen Landfahrzeuge irgendwie. Aber Alter, Luftkills sind damit ja sicherlich extrem geil. Ich will unbedingt Luftkill damit machen. Danach entscheide ich weiter. Ach, hier oben gibt es Sniper umsonst. Den wusste ich gar nicht. Einsatzzeile Bravo wurde gerade neutralisiert. Krasse Sniper auch noch. Tja, ich befasse mich hier dann mal einfach mit der Luftabwehr, würde ich sagen. Vier Schuss haben wir ja. Wo ist denn hier ein Heli? Ich sehe gar keinen Heli. Der ist noch außer Reichweite. Komm her. Komm ran. Los. Den habe ich. Komm, 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 komm. Den kriegt der nicht abgeschüttelt. Der hat den getroffen, oder? Jawohl. Ha, ha, ha. Geht der noch? Oder stürzt der gerade ab? Der stürzt ab. Sehr schön. Aber das macht durchaus Spaß hier. Ähm, haben die sich gerade darum geprügelt? Naja. Schon gesehen, schon gesehen. Da ist noch was im Weg. Der Heli ist eh down. Ähm, ja. Wir haben Einfluss in Charlie verloren. Wir scannen hier den Himmel, Alter. Schon geil. Wir haben ein Feilfahrzeug. Östlich von dir. Die Sniper snipen ja alles weg. Und ich baller die Luft frei. Das ist doch schön. Schöner Job. Was? Hier ballert gerade einer hoch. Fällt mir nicht. Ja, Scharfschütze habe ich auch gerade gemerkt. Ähm. Fuck, 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 fuck. Wo schießt denn der wieder hoch? Von wo? Da unten irgendwo. Ist eh klar. Ähm. Ah, wo bleiben denn die ganzen Helis? Habt ihr keine mehr? Oh. Fuck. Habt ihr etwa keine Helis mehr? Oh. Mann. Ich will noch irgendwen. Komm. Hier bin ich. Verrückwärts. Bitte verrückwärts. Komm mit. Ja. Ha. Ho. He. Der ist tatsächlich rückwärts gefahren. Ha. Der hat er auch nicht verkackt. Scheiße. Das finde ich jetzt ja durchaus schon fast geil. Das ist ja Hammer. So, momentan gibt es gar keine sonstigen Fahrzeuge, die ich killen kann. Bedeutet, ich gehe mal auf Panzerjagd. Oh, komm. Gibt es die Scharfschützen, die wir haben gerade? Nee. Will gerade keiner. Okay. Passt. Kann ich auch mitleben. Was ist das da denn? Ist ja schick. Ist ja süß. Ich weiß nicht, wie sich das Ding im Flug verhält. Das ist ein bisschen scheiße gerade. Ah. Das treffe ich auf jeden Fall. So. Es hat sich nämlich nicht bewegt. Da oben ist jetzt einer ausgestiegen. Hat das Fahrzeug unbemannt zurückgelassen. Nein. Ah, verdammt. Der Panzer hat mich gesehen. Ähm, ja. Das war ein bisschen, äh, doof. Hm, dumm gelaufen. Naja, egal. Ah. So. Gibt es wieder Flugzeuge? Ja, es gibt wieder Flugzeuge. Oh. Flugzeuge. Oh. Gehen wir hier hin. Schnappen wir uns mal den Jet. Wow. Unschön. 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 Fuck. Der weiß, dass ich ihn abwolle. Oh. Der hat mir das Fahrzeug direkt zerstört. Schön. Also eigentlich nicht. Besser Reichweite. Scheiße. Nein. Ah. Wir haben uns zu weit vorgewagt. Ja. Reanimation. Hat er jetzt auch meinen Reanimanten gekillt? Nein. Ja. Doch. Hat er. Scheiße. Äh, doch. Wir bleiben mal noch kurz bei der Stinger. Weil da war noch so ein hässlicher Heli. Und den wollte ich auch noch unbedingt erledigen. Fuck. Da ist der weiß hin. Komm, Heli. Komm ran. Nein. Den hole ich mir. Den hole ich mir. Den hole ich mir sowas von. Sturmsoldat. Das ist aufs Maul, Alter. Kannst du sowas von doch fetten? Hä, was? Wie, wieso bin ich ganz unten? Geh doch aus dem Weg. Mein Gott. Nein. Ja, Versorgung haut halt schon ordentlich auf die Kacke. Hä. Ist da oben keiner mehr? Doch der, oder? Der muss da noch oben sein. Komm, du bist noch oben. Komm, bitte. Ja. Haben sie den da unten jetzt endlich gekillt, eigentlich? Scheiße. Was? Oh, der ist hier. Ey, was? Was ist die Granate? Hier geht's nicht weiter. Oh, scheiße. Fuck. Lol. Da ging's nicht weiter. Tja, verkackt. Der kennt sich schon einmal ein bisschen besser aus als mich. Scheiß Sniper. Ähm. Weißt du was? Was du kannst? Gar nicht schon lange. So, wir gehen aber wieder auf... Steigen mal wieder ein bisschen um auf, äh, Bodenkampf. Weil es sieht wahnsinnig gut aus für uns. Äh, scheiße. So, wir spawnen wieder bei unserem Squad. Ab geht's. Ich knapfe mir den scheiß Panzer vor. Ich hasse Panzer. Mein Leben lang hab ich sie gehasst. Hey, Alter. Klar. Das ist... Ja. Die Wand geht kaputt, aber der Gegner nicht. Nee. Ja. Komm, 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 komm. Nein! Äh. Stinger. Nein, der Heli ist voll scheiße. Ähm, okay. Wieder Bodenkampf. Ich will in ein anderes Squad. Aber nicht jetzt. Es gibt's hier echt nichts mehr. Was ist das denn? Ach, der ballert, äh, feindliche Leute ab, die hier den Schlitzpunkt zu nahe kommen. Sehr schön. Flak. Flugabwehrgeschütze. So. Da vorne sind ein paar Leute. Letzter überlebender Spawn. Was? Letzter überlebender Spawn? Oh, ne. Oh, nein. Ah, das ist ganz genau. Scheiße. Ja. Scheiß Fahrzeuge. Ähm. Ich konnte noch nichts sehen durch das Gras. Äh, war... Ich war einfach ein bisschen hilflos, würde ich sagen. Scheiße. Ähm. Fuck. Da muss ich jetzt als Sturmsoldat rein. Weil da haben wir dieses schöne Visier. Dieses Visier ist sehr schön. Weil dieses Visier... ist nämlich geil. Das zoomt nämlich sehr schön. Zwar nicht unglaublich krank, aber... es reicht. Hey, das ist ein Wasser. Ey. Ach, scheiße, halt. Schon voll. 2 von 2. Wollen wir mich nicht irgendwie kaputt machen? Ging das nicht? Weiß ich nicht. Egal. Erstmal vorrücken. Komm. Lauf, 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 lauf. Wir holen uns erstmal Punkt E. Und Punkt C. Ne, gehen wir erstmal. Fuck. Blöder Fixer. Scheiße. Boah, diese Teile sind so krass. Ich liebe dieses Ding. Ich liebe dieses Gefährt, was mich gerade gekillt hat. Eigentlich nicht, weil es hat mich gerade gekillt, aber ich liebe es trotzdem. Ich sage nur so viel. Jetzt geht's dir an den Kragen. Zwar definitiv. Komm. Erobert die B. Erobert. Erobert. Mann, noch. Erobert auch B. Erobert. Los, erobert. Erobert, erobert, erobert. 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 Los, erobert. Jawohl. Sehr schön. Ich will nämlich... Was ich will ist da... Wo ist es? Hier. Kletter, 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 kletter. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Alter, das ist so ewig lang da hoch und das könnten mich so viele Leute killen. Ich bin... Froh, wenn ich heil oben ankomme. Und der Heli ist nicht froh. Alter, was? Das ist doch fies. Mann. Okay, denen geht es jetzt sowas von auf den Sack gleich, dass sie mich umgebracht haben. Das wissen sie noch gar nicht. Boah, was? Wieso sind die eigentlich alle mal hinter mir, Mann? Warum? Alter. Mann. Wenigstens hat es den noch erlegt. Scheiße. Ich muss da hin, ich muss da hin, ich muss da hin. Los, 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 los. Fuck, jetzt geht es echt um die Wurst. Ah, wir haben eh verloren, glaube ich. Aber dann geht es um gar nichts mehr. Jetzt noch theoretisch um irgendwas. Ah, Mann. Fuck, Alter. 633 zu 0. Unschön, unschön. Auch nach 17 Minuten schon beendet. Alter, was? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ja, ja. Ach so, das hatten wir eh schon. Ups. Ja, Stromgewehre. Bla, bla, bla. Anti-Vehicle. Ey, Anti-Vehicle. Geil. Ähm, ja. Wir waren 14. Wir hatten 1,14. Das ist schon hart. Hm. Alter, was? Als Sturmsaulat gibt es als nächstes eine M320SMK. Einen geilen Granatwerfer. Und bei den Sturmgewehren gibt es eine M416. Oh, ich will, ich will, ich will, ich will alles. Nur Pionier ist gerade nicht so geil. Aber Pionier spielen wir am meisten. Egal, da haben wir jetzt eine FMS, äh, eine F, 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 Stringer? Weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht mehr, wie ich siehe. Ich weiß nur, dass es Flugabwehr ist und dass es lustig ist. Allgemein finde ich eigentlich so Verfolgungsraketen immer sehr, sehr schön. Muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es extrem, extrem geil. Naja. So. Zawut 311. Kenn ich gar nicht. Was ist denn das? Ich weiß gerade gar nicht, was für eine Map das ist. Unschön, unschön, wenn ich das nicht weiß. Hm. Heli. Was ist das? Little Bird? Was kann das Ding? Alter, was? Ist das geräuschlos? Ah, nee, doch nicht. Was? Wieso wurde ich direkt abgeballert? Was geht denn bei euch? Da scheint ein feindlicher Helikopter zu sein. Ah, hast du den verdammt nochmal falsch ausgesucht. Fick dich. Komm, triff ihn. Ich habe einen feindlichen Helikopter genau östlich in eine andere Position gesichtet. So, Heli. Wer geht's dir? Hm. Schade. Na dann. Alter, was ballern die mich hier direkt runter, Alter? Geht ja wohl gar nicht, klar. Ach, nö. Nicht die Panzerfabrik. Scheiße, ich hasse die Panzerfabrik. Und der verkacke ich jedes Mal aufs Neue. So, wir schnaffen und... Warum habe ich den nicht getroffen? Naja, egal. Fuck. Ich hoffe, es ist noch irgendwer mit dem Heli in der Luft. Nee, kein Mensch mit dem Heli in der Luft. Ja, ich bleib trotzdem mal beim Stinger, glaube ich, oder nee? Weiß ich mal beim Stinger? Ja, ich bleib beim Stinger. Ich warte noch, bis die D erobert haben. Jetzt geh ich bei D rein. So.